Ja, hallo liebe Freunde, zurück bei Transport Fever, hier habe ich mal gespielt. Ja, wir beginnen heute mit unserer neuen Strecke. Und zwar gleich von hier unserem neuen Bahnhof aus. Ja, und zwar hier hinten raus. Wir sagen, wir nutzen hier mal 230er Gleise. Was wir für einen Zug nehmen, das werde ich noch nicht verraten. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt nehmen wir erstmal hier raus. Ich würde hier gleich auch wieder eine Röhre hinbosteln. Ja, die Röhre hängt jetzt hier ein bisschen in die andere rein, ist aber nicht schlimm. Die Kreuzungen gleich installieren, wenn es geht. Ja, es geht. Gut, jetzt gehen wir hier vorne rüber. Nehmen wir mal das Gleise mit bis hier nach vorne. Schütteln wir mal auf das Ganze. Dann gehen wir hier rüber. Ah, jetzt habe ich die falsche Brücke gebaut. Oh, ne, eine Kreuzung wollen wir natürlich ebenfalls nicht. Da wird jetzt nicht geschaut. Eine Kreuzung ist ganz sicher nicht das, was wir hier wollen. Das ist schon eher genau dieses Teil. Wäre schon eher in meinem Sinne. Dann können wir das noch etwas bemeinigen. Jawohl, können. Dann gehen wir hier natürlich auch runter. Jetzt hätte ich hier natürlich wieder aufschütten können. Ob hier. Also wir sagen, den machen wir auch. Dementsprechend. So, dass wir da vorne auch runterkommen. So. Dann gehen wir hier runter. Und hier gehen wir unten durch. In die Richtung. Hier wird uns jetzt ein bisschen einen Bogen geben, weil ich will hier hin. Die Richtung hier. So, dann ist geschaut, ob das hier seine Richtigkeit hat. Doch, das geht. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier unten schauen, wie wir da rüberkommen. Jetzt müssen wir hier nämlich auch durchs Dorf durch. So, hier lang. Ähm. Ja. So. Dann können wir hier direkt mal rüber läsen. Das haben wir hier für eine Schranke. Die passt mir aber nicht. Ich bekomme hier etwas stattliches und grosses. Das sieht schon besser aus. Ja. Und jetzt da hinten müssen wir mal schauen. Wie ich hier drüber komme. Hm. Wir reißen hier mal ein bisschen ein. Ja. 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 Nicht die Strasse. So ein Gleis. Ja. 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 Da wird es ein bisschen kniffliger. Das Ganze hier halt zu bauen. Wir haben ja mit der Brücke. Ja. Ja. Das zweite Gleis kriegen wir hier nicht mehr lang. Das hier vielleicht. Ja. Da wird es gehen. Jetzt haben wir das Problem hier hinten, dass ich hier nicht durchkomme. Jetzt gehen wir erst mit dem Gleis hier weg. Ähm. Was machst du? Das Spiel. Na so. Dann diessen wir mit dem Gleis hier ran. Ja. Ja. Aber wenn ich mit 71. Dann komme ich schon hier so raus. In die Richtung. Jetzt vermuten, dass es hier zu eng ist. So geht es gut. Ja. Dann müssen wir hier jetzt auch rüber. Also die Frage komme ich da irgendwie lang. Ja. Und das geht ja eigentlich perfekt. Wenn ich das so mache. Dann machen wir hier einen ganz langen Bahnübergang. Das ist eigentlich nicht mal so schlimm. Dann machen wir hier noch die richtigen Schwanken hin. Dann können wir da wieder laufen lassen das Ganze. avenateur aber den einmal nicht so machen. Ja. Und das geht ja nochmal nach jer auch noch dazu hin. Wenn wir gestreifen. Ja, das geht ja wunderbar wie geschmiert, so wie man es gerne hätte. Jetzt hätten wir da wahrscheinlich auch ein bisschen fahren können. Dass ich hier ein bisschen die Kurpflanz gemacht hätte. So. Dann kommen wir nämlich noch da vorne. Wir stehen sehr gerade nach drüben. Hier müssen wir wieder kurz mit dem Wischmob vorbei. So. Ja, hier sieht man es noch ein bisschen, was wir angestellt haben. So, wie wir jetzt hier fahren, ist die andere Frage. Okay. Jetzt müssen wir ihn fast hier andocken. Was machst du, liebes Spiel? Jetzt haben wir noch einen Autosave dazwischen. Das habe ich immer noch nicht ausgeschaltet, wie ich mir bemerkt. Ja, da kommen wir also noch runter. Passt soweit. Jetzt hoffe ich, wir kommen hier in dieses Gleis. Jedenfalls hier lang. Doch, geht. Ja, bestätigen müsste man jetzt noch. Passt auch. Gut, sind wir alle da vorne. Jetzt da wird es etwas kniffliger. Da mussten wir irgendwo in dem Bereich noch hier hinten. Das kann ich da nicht. Das ist aber bis hier hin. Dann können wir das gar noch aufschütteln. An diesem Teil zumindest. Hier sind wir zu weit oben. Okay, dann gibt es keine Aufschüttung mehr. Okay, doch noch. Die Frage kriege ich hier noch irgendwie. So geht es mal. Was macht er jetzt wieder? Geht nicht. Gut. Nochmal das ganze. Hallo Packer, bitte. Jetzt gehen wir hier einfach mal gerade rüber. Nein, das geht auch nicht. Toll. Wahrscheinlich auf der anderen Seite würde es wahrscheinlich wieder gehen. Nein, das geht auch nicht. Hm. Okay. Wir müssen uns etwas anders machen hier. Äh. Ah, legt die Brücke. Ah, jetzt geht das auch wieder nicht um abzureissen. Ja. Jetzt ziehen wir uns mal gerade direkt rüber. So geht es nämlich hier auch. Was wir hier rüberkommen. Jetzt kommen wir halt da noch in den Berg rein. 180. So, jetzt gehen wir da zu diesem Ausfahrt hin. Da vorne nicht. Gern eine Ebene fertig, wenn es geht. So. 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 windsorien. So. 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 Tatsächlich nicht, also wir müssen hier nochmals die Gleise neu bauen, noch ein bisschen weiter nach da draussen. Und jetzt nämlich sogar hier. Sehr gut, da hinten müssen wir nämlich rein. Mal schauen, wie ich da rüber komme. Da muss der hier hin. Ähm, ja, das kriegen wir so wahrscheinlich nicht hin. Das heisst, wir gehen hier ziemlich nach unten. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier herauf gehen, ans Drunter. Wir können feilen Kollision. Kommen wir hier. Aha. Okay. Machen wir das mal so. Hark. Ja, das geht total nicht, wir sind wieder mal zu schräg. Hm. So wird's gehen, übrigens mit der Brücke. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Nee. Ach, so ein Käse wieder. So kurz vor dem Ziel geht wieder einiges nicht. Wie immer. Ich denke, wir bauen das von hier da rüben. Ist wahrscheinlich einfacher. noch. Ja, hier wird's noch relativ schwierig, dass wir da raufkommen. Ja. 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 Ja, hier kommen die Brücke einfach nicht rüber. Ja. Ja. Wie machen wir denn das wieder? Wenn's nicht geht, geht's nicht. Ähm. Ja, das Beste rumprobieren geht nicht im Moment. Aber wir müssen hier halt noch ein bisschen Weg generieren. Da vernünftig irgendwie zur Strasse besser rüber zu kommen, damit das klappen wird. Autosafe bitte beheilen. So liebe Freunde, ich bin wieder da. So. Ja. So. Ja, liebe Freunde, dass es den Rest werden in der Morgenfolge bauen. Ja. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020